hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft und heute holen wir mal richtig rein wir machen noch mal in unserem rathaus weiter rein holen tun wir insofern weil wir jetzt noch hoffe ich mal die wände ok wenn ich das die menge an holz sehr die wir haben nicht ich versuche die wände so weit wie möglich fertig zu kriegen sagen wir es lieber so dann verspreche ich nicht so viel so ich mache das am besten von oben dann kann ich gucken dass ich das überall gleich mache oder auch nicht okay ich komme nicht unten dran dann mache ich doch lieber wieder so stück für stück wenn ich mich nicht an dann verbaue so wie weit ach so das sind dann vier stück insgesamt das ist ziemlich viel wie viel holz brauchen wir brauchen extrem viel holz ich glaube ich muss gleich noch mal holz holen ich habe auch nichts mehr dane absolut gar nichts mehr dann muss ich gleich erst mal neues holz holen gehen wenn dies hier dann leer ist das dauert hoffentlich noch ein bisschen okay das ist gleich leer dann packe ich noch eben den hier drauf und dann mache ich hier fertig hoffentlich oder auch nicht gut eine runde dann sind jetzt von hier nach hier gleich 2 64 dann kann ich das ungefähr abmessen wie viel ich brauche ne pro runde wie viel ich da brauche also zwei in der höhe pro runde mathematisch berechnen und dann habe ich die die ungefähre anzahl des holzes was ich brauche ja mit zwei 64er stecks habe ich fast zwei runden ach zwei waren eine runde einmal rum aber auch nur fast so dann ja einmal so geht ja naja ich gehe jetzt erstmal noch mal rüber schnapp mir die ganze erde da weg jetzt gehe ich noch mal holz holen ja doch doch ich muss ja wird ganz schön mächtig alter schwede kann es sein dass ich mir zu viel vorgenommen habe ich gehe noch mal rüber in unseren wald des vertrauens das war jetzt ziemlich strange ist das da drin gespawnt oder wurde das da reingeschoben das geht doch normalerweise gar nicht dass das in der wand drin ist rein schieben dürfte eigentlich auch nicht ich gehe das ist ja bissel merkwürdig verstehe ich mit ach das hat wir getan plupp schön hier schön sonnig schön viel wasser passt ein Delfin fischis warte da hinten ist jetzt der fichtenwald und dann müsste ich darüber und dann kommt unser äh dschungelwald ach unser dschungelwald ja ja genau nein unser dschungel kommt an da holen wir uns dann dschungelholz muss ich mal gucken fichtenholz brauche ich gar nicht mehr ne hätte ich das ding einfach aus eichenholz gebaut dann hätte ich jetzt noch jede menge gehabt hier aber natürlich habe ich das nicht gemacht weiter weg warum schwimmten wir so langsam ich hätte mir vielleicht ein boot mitnehmen sollen oder irgendwie sowas das ist ja mega ätzend du oh ein schneefuchs warte mal habe ich eigentlich die munster an ich hoffe nicht nein habe ich nicht gut beziehungsweise habe ich auf schwierigkeitsgrad einfach oder normal so dahinten ist auch schon unser wald das ist hier dieser richtig schöne baum der hier irgendwie fehl am platz ist ja hier so ein kleines stückchen dschungel aber ich nehme lieber nichts von hier ich gucke mal dass ich rüber gehe und da was nehme da ist sowieso mehr insgesamt auch an dschungelbäumen dann klaue ich auch lieber was daher nee da weg blub so da wären wir jetzt geht ganz schön ab da über das Eis das finde ich cool jetzt muss ich da nur noch hochkommen so juhu warte wir nehmen erstmal von oben weg sonst kriegen wir vielleicht noch Schwierigkeiten mit der Höhe das kriegen wir so oder so ja super einmal Erde hätte gereicht so ein bisschen dschungelholz was haben wir denn noch alles hier guck mal da ist ja noch ein Baum oh ich müsste mal auch irgendwann mal sowas fett krass cooles im dschungel bauen oh jetzt fällt das ganze Holz nach oben hin irgendwie so ein äh weiß nicht dschungelhaus dschungelbehausung ha ist das aber hoch jetzt geht's irgendwie sowas müsste ich mir mal bauen dschungel finde ich sehr sehr cool ist nur alles sehr sehr dicht könnte schwer werden aber versuchen täte ich es gerne mal der ist aber groß der dschungel der schwede so passt genau den nehme ich mir auch mit allerdings mache ich das lieber von oben dann komme ich besser überall dran auch wenn ich trotzdem Erde brauchen werde ja auch nicht gut ne Spaß so wie viel haben wir wir haben wo ist es da 39 ach ist direkt unten drin hätt ich auch da gucken können na 39 also so ein 64iger Stack den hätt ich schon ganz gern den mache ich mir auch noch voll den mache ich mir auch noch voll oh da sind wieder Audiofehler die haut hier aber lang nicht mehr durch echt lang nicht mehr woher kommen die eigentlich keine Ahnung habe ich da ist plötzlich aufgetackt nicht untersucht aber scheinbar ist es nicht weg so Mann ist das nervig so wie ach 60 Stück haben wir dann hole ich den Baum auch noch raus der ist ziemlich hoch ah ja dann kann ich ja hinterher nochmal Setzlinge sammeln gehen so ok dann haben wir jetzt genug davon ok dann gucke ich jetzt mal ob ich Setzlinge finde ach da ist ja schon einer so zack da ist der Setzling gefunden jetzt weiß ich gar nicht mehr ach guck mal da ist der nächste äh wo haben wir jetzt zwei Stücke machen ok da ist keiner das ist gut dann brauche ich nämlich nicht zurück zu gehen dazu bin ich etwas zu faul Moment ok irgendwie spinnt hier gerade die äh nicht die der Klinkenstecker für die Kopfhörer irgendwie der Turn verschiebt sich irgendwie von rechts nach links von vorne nach hinten und dann sind diese komischen Fehler mhm wo sind jetzt die Bäume überall die ich hier gefällt habe ich hab doch so viel gefällt Mensch ich möchte Setzlinge haben wo sind die hin? Hallo Bäume Bäume ach guck mal da ist doch einer ah ach da guck mal da ist noch einer und da ist noch einer ah ok ich hab doch noch ah guck mal da sind auch noch zwei gut 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 sind noch mehr so rein zufällig ne oa Mann dieser Dschungel hier der macht mich echt wahnsinnig so haben wir hier noch ah ne das war eine Flieger ne keine Flieger ein Schmetterling ich dachte das wäre ein Schmetterling äh hier hab ich Schmetterling äh hier hab ich Kinn gefällt wo ist er? ah ne ah no wo haben wir denn hier jetzt noch was? hier ist nichts was sind wir mal hier? das ist nur eine dunkle Ecke die jetzt auf einmal hell ist ja ok hier sind keine Setzlinge mehr wie viele habe ich? 8 Stück oh das ist sehr gut ja gut dann lasse ich das einfach mal hier alles so wie es ist und mach mich auf nach Hause das ist mir dann doch etwas zu viel Aua guck trotzdem aber nochmal ob ich noch Setzlinge finde was ich äh stark bezweifeln tu ne ist nichts mehr da schade mach damit nichts wir haben ja zuhause auch noch mindestens 8 Stück glaube ich oder 10 irgendwie sowas hat mir zuhause noch dann kann ich das kombinieren und dann kann ich nochmal den ein oder anderen Megabaum daheim pflanzen äh äh genaue Vorstellungen wo habe ich nicht ne was war das? das war jetzt merkwürdig naja egal ich mach mich mal auf den Weg nach Hause trotz merkwürdiger Fehler heute ist ein Stranger Tag ach ja was ich gar nicht erwähnt habe was mir gerade auch selber erst auffällt ich hab die alte Mixplaylist da benutzt mit all den Liedern die wir jemals benutzt haben bis auf der neuen Lieder die ich die ganze Zeit über sonst jetzt hatte das heißt wir haben jetzt andere Musik das ein oder andere Lied von vorher ist glaube ich auch drin aber nicht alles aber coole Lieder sind drin halt die ganzen alten die wir vorher mal benutzt haben auch aus der allerersten Folge ist glaube ich auch noch drin und all die alten Lieder halt schön hier die Gegend hier müsste ich vielleicht auch mal irgendwie so eine Ferienhütte oder sowas bauen ich müsste überall mal was bauen aber dafür bin ich noch zu sehr mit zuhause beschäftigt da was zu bauen so jetzt sind wir schon im Sumpf da will ich ja gar nicht hin ich will doch nur nach Hause Mensch Mensch ins Kinder normal ah boah jetzt hab ich mich erschreckt ich dachte schon da wäre irgendwie diese richtig tiefe Höhle und ich sterbe aber ich bin nicht gestorben ahaha Überbevölkerung der Pferde wieder so 2, 3 Pferde haben wir hier schon aber ist jetzt nicht so viel ne ist wirklich nur ganz ganz wenig Warte mal äh Kreach Horse Vanilla Entity Horse Oh, ich kann das nur auf Rikim C1 stellen. Ich lasse das. Ach, 0. Ich mache mal auf 0. Vielleicht verbessert das das Ganze hier ja. Vielleicht habe ich dann ja weniger Pferde. Ich hoffe es. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann ja nie wissen. Habe ich hier eigentlich noch was drin? Oder was wichtiges? Äpfel. Guck mal, kann ich gucken brauchen. Die packe ich mir dann direkt ins Inventar. Und dann muss ich mal gucken. Repariere ich vielleicht irgendwas mal wieder. Und verzaubern. Vielleicht die Axt, die brauche ich sowieso in letzter Zeit so viel. So. Ach, neun Stück haben wir. Okay, dann können wir uns den ein oder anderen Baum hier pflanzen. Da haben wir jetzt insgesamt 16 Stück. Dann pflanze ich mir... Strange. Dann pflanze ich mir den ein oder anderen Mega-Baum noch. Ich habe auch schon eine Idee, wo... Müsste ich nur mal gucken. Guck mal, der ist gewachsen. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Okay, da kann man das so lassen. Und glaube, hier mache ich was. Da mache ich am Mega-Baum. Moment, ich hole die Schere. Schnell. Warte, warte, warte. Ich muss mir hier alles abhauen. Ich habe keine... Doch, ich habe die Schere. Warte. Ah, schneller. Oh, 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 oh. Grünzeug. So. Okay, jetzt haben wir hier jede Menge Grünzeug. Das kann ich... Gut gebrauchen. Ja, okay. Ich kann es mitnehmen. Kann ich gut gebrauchen. So, hier oben, den muss ich ein bisschen stützen, glaube ich. Da komme ich aber nicht dran. Äh, das ist noch der Fünf. So. Dann mache ich das mal so. Aua. Das hat wir getan. Äh, was ist das? Das ist Grünzeug. Ja, egal. So, das lassen wir alles hier liegen. Ne, nehmen wir mit. Was rede ich denn davon? Oh, oh. So, ich glaube, den hier muss ich auch noch wegmachen. So. Verstehe, das geht ja richtig ab. So. So, blub, 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 blub. So, haben wir genug. Dann setze ich hier jetzt mal so einen Baum hin. Kann sein, dass die Hütte ein bisschen im Weg steht. Das weiß ich ja doch jetzt noch nicht. Jedoch. So, ich lasse das jetzt erstmal alles so. Jetzt muss ich eigentlich mal Schluss machen. Ich hätte jetzt gerne geguckt, ob ich noch Knochen habe. Wegen Knochenmehl. Moment hier mal. Das möchte ich gerne machen. Ich würde gerne wissen, wie das aussieht und ob der überhaupt wächst. Ach, guck mal, da haben wir ja noch Knochenmehl. Äh, habe ich hier. Äh, nö. Warum ist denn hier eigentlich all dieses komische Zeug drin? Äh, hier habe ich auch kein Knochenmehl. Aber jede Menge Eier. Warum habe ich so viele Eier? Müsste ich vielleicht mal eine Hühnerfarm machen oder sowas. Äh, wo habe ich denn das jetzt alles hingepackt? Hallo? Ach, ich habe keinen Platz mehr. Okay, schnell darüber die Zeit. Äh, es geht zu schnell vorbei. Ja, hallo? Zwei Stück, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Ah, das war zu wenig. Ah, ich habe nicht gelögend. Habe ich noch Knochen? Habe ich noch Knochen? Habe ich noch Knochen? Hallo, Knochen? Ja, zwölf Stück. So. Nimm die Knochen, Junge. So, sechs Stück. Die restigen Knochen kann ich dann gut benutzen, um... Aha, wenn die nicht verschwinden. Ah, guck mal, ist doch gewachsen. Äh, was werfe ich weg? Was werfe ich weg? Das werfe ich weg. Oder einen Fichtenholz-Slap. Einen einzelnen. Dann packe ich mir die Knochen und das Knochenmehl wieder hier rein. Und dann nehme ich den Fichtenholz-Slap wieder mit. Und dann ist der Baum gewachsen. Von der Größe her geht es eigentlich. Ich habe jetzt auch hofft, dass er größer wäre. Aber das gucken wir uns mal von der Ferne an. So groß wie der da, das. Der ist der absolute Hammer. Der ist riesengroß. So. Ne, der ist wirklich nicht groß. Aber schön fett. Gefällt mir. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt auch mal Schluss. Ich habe schon völlig überzogen. Dann hoffe ich sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass ihr dann auch in der nächsten Folge wieder einschalten werdet. Bis dahin, auf Wiedersehen.